ich habe ja echt nicht bock hier ein video zu machen weil es so geil ist wenn das denn ergibt aber das muss ich jetzt einfach mal filmen bin ich jetzt hier eskalationsmäßig in dem skatepark da oben vier stunden gerollt bin mega fertig und hier ist ein geiler wasserspender und ich würde sagen mal ganz kurz ganz gechillt hier wasser trinken kein ding es erinnert mich ein bisschen an das geile Tutorial, how to drink die richtung, das ist die richtige Leute das ist einfach zu geil hier ich bin so fertig mal gucken ob noch ein paar videos kommen ich habe eigentlich voll kein bock das ist einfach viel zu geil oh wartet mal da ich gerade hier bin muss ich das direkt mal zeigen eskalation alter hier können wir voll Poljam dran machen hier sind so geile fünf leute bars das ist ziemlich geil ich will mal ganz kurz die Tür ist jetzt zu aber ich will das mal ganz kurz zeigen weil ich einmal hier bin das ist der eingang zu so einer bar fünf leute maximal ziemlich geil wie eigentlich alles besonders der skatepark der war ganz schön geil scheiße ich hab schon mal fotografieren können ach scheiß drauf Fotos sind eh geil ey es ist es macht das sinn dass es einfach zu geil ist dass man keine Fotos machen will keine ahnung ja ja ja